Herzlich Willkommen im Recherzentrum Ostschweiz. Mein Name ist Christian Lüthi, ich bin zuständig für das Business Development und arbeite zugleich im KMU-Sweiss-Vorstand mit. Ich zeige euch gerne, was es da für interessante Verbindungen geben kann, was Recherzentrum Ostschweiz und was uns bewegt hat, KMU-Sweiss mitgeleitet zu werden. Das seht ihr in den nächsten paar Sequenzen. Vielen Dank! Willkommen im Innenbereich des RZO. Wir sind KMU-Sweiss mitgeleitet worden, weil das eine interessante Plattform ist, über verschiedene Anlässe, wo man sich austauschen kann, Themen austauschen, wo man wirklich Erfahrungen hat, Know-how-Transfer im KMU-Umfeld und das ist eine sehr nützliche Plattform auch für das Netzwerk. Ich kann das nur jedem empfehlen, es gibt immer wieder interessante neue Aspekte in verschiedenen Themen rund um KMU. Willkommen in der Lounge vom grünsten Recherzentrum in der Schweiz. Wir sind natürlich durch unsere Energieeffizienz und durch die nachhaltigen Betriebe, die wir hier haben, die wir euch sehr gerne im Detail erklären, enorm interessant geworden für KMU-Sweiss-Kunden. Wir dürfen in den letzten 1,5 Jahren rund vier KMU-Sweiss-Kunden anborden bei uns und haben ein grosses Vertrauen aufbauen können und miteinander ganz tolle Projekte durchführen. Das ist immer wieder ein grosser Vorteil von KMU-Sweiss, dass man sich eben nebst dem Austausch und dem Know-how-Transfer eben auch findet, einmal wieder für ein interessantes Geschäft abschliessen miteinander. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe euch auch mal in Geiss begrüssen zu können, hier vor dem schönen Panorama mit dem Sentis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020